Hallo und herzlich willkommen hier im Möhrfelden-Waldorfer Schaukasten auf YouTube. Ich bin der Entwickler vielleicht, der Idee, aber kein gelernter Moderator, deswegen werde ich mich hier an meinen Zettel halten. Und wenn diese Intro-Videos rum sind, das Prinzip verstanden ist, dann verspreche ich Ihnen, müssen Sie mich auch hier nicht mehr wiedersehen. Finanziert wird die Arbeit, die hinter den Videos steckt, also durch die Möhrfelden-Waldorfer Bürger, also Sie selbst. Auch die Vorschläge zu den Inhalten. Mitbestimmen an den Inhalten kann aber nur, wer dem Schaukasten auf Patreon.com monatlich mit einem Beitrag unterstützt. Hier auf YouTube kann natürlich ordentlich kommentiert, diskutiert werden, aber bitte keine Nachrichten an mich oder aber an die Programmredaktion, damit auch an mich. Denn ich werde Sie hier ignorieren und mich nur darauf konzentrieren, auf Patreon.com alle Ihre Ideen und Vorschläge wahrzunehmen. Nun ist das gesagt, somit wünsche ich Ihnen viel Spaß mit den Videos aus Möhrfelden-Waldorf und wir sehen uns im Ort. Vielen Dank. Vielen Dank.